Es wird ein Weltrad. Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abhattig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn- und Abergar eine geradezu magische Erfahrung war. Aberakadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfolge danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabar-Barbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabar-Barbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabar-Bar-Barbar-Baren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr Barbarischuss gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbar-Papa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbaren-Bar-Bar-Bier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbaren-Bar-Bar-Bier-Barbershop. Er war zwar ein frisierlicher Laberkopp, aber der Bart war danach total totop. Manchmal laden die Barbaren ihren Bad-Bar-Bier-Fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabar-Bar-Bar ein. Da trinken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabar-Bar-Bar-Bar-Baren und der Bart-Bar-Bier. Und essen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabar-Bar-Kuchen. Oder zwei. Ja, da werden sogar ganz harte Männer naber. Und das alles dank Barbaras Rhabar-Bar. Drei Barbaren und der Bart-Bar-Bier saßen eines Abends in der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bart-Bar-Bier.